weiter geht's in unravel 2 ja ich hab's ich hab's am ende falsch ausgesprochen sorry aber juckt ja niemanden aber man kann die raus ja da war doch gerade das fenster auf lol enthält optionale fortgeschrittene herausforderungen nein 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 hallo das sind nur anpassungsobjekte echt? ja das sind nur bonuslevel quasi sagen wir es halt so sollen wir die auch machen? können wir aber erst mal wenn wir das spiel durchgespielt haben ich hab's einfach unglücklich ja muss mir auch hier muss doch irgendwo nee was ist das? was bei den Kopfhörern? nein warte es war das du erst mal hier kann man nach oben hier sollte irgendwas sein oder? lassen wir wieder runter gehen aber man hat doch in der Frühdienst der Sequenz doch gesehen dass man Paddle 1 naja ich hab mich noch nicht ja dann ist es irgendwo oben man konnte noch sehen dass es weiter auf ging irgendwie aber ich bin mir grad nicht sicher wie wie denn? ja für schon zwerg haben wir den letzten Part gemacht alter war das grad knapp warte kurz gehen mal nach links nein es war Kapitel 5 nee da kann man echt? 0 lol ach so aber ich hab's grad eben erst erkannt ah schon wieder so ein spiegel mit kerze die ich hab jetzt ist die schon zum dritten mal ja dann ist das hier Kapitel 6 Asche zu Asche cooler Name Asche zu Asche also ja die Bonuslevel können wir auch noch spielen also das ist jetzt anscheinend das vorletzte Level vielleicht oder kommt noch ein Bonuslevel? ach guck mal hier nochmal Bonuslevel ne 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 vielleicht hab's ja noch ein Bosslevel also im ersten Teil gab's kein Bosslevel also in an Ravell gab's gar kein Bosslevel gab's überhaupt ein Boss? nein gar keinen einfach nur die Level halt und die Gegner ok das sieht das sieht cool aus wo sind wir jetzt aber ach da da kommt wieder das Portal Portal 3 nein aber ernst davon kommt Portal 3 also wenn ich mir ein Portal wünschen würde wäre es wahrscheinlich eine Vorgeschichte mit äh Kladus 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 nein wo? wer heißt auch mal der Red äh weil ich eh ich weiß es nicht ich hab Portal nicht gespielt weiß warum weil es Portal für die PS3 gibt aber nicht für die PS4 schlau gell? ja sehr schlau warum alter? mach doch ah ich kenne das ich kenne das ich kenne das ach so du musst ihn nicht fahr mach Wandsprünge mach Wandsprünge ach so hä hä ich hebe es ja fest jetzt spring doch einfach hoch ne irgendwie werde ich die ganze Zeit zu dir geschleudert mach das doch einfach nicht wie wir es damit machst du doch einfach nicht jetzt ja jetzt geht es aber nicht mehr so weit nach oben vielleicht kann man dadurch auch das äh Item dort erhalten ja dann kehr man weißt du was machst du das einfach mal mach drück R2 und ziehs ich verstehe nicht was dein Problem ist aber ok komm zieh dich hoch hey ich wurde ganz herzlich hier geschleudert also so irgendwie drück äh ja ja alles gut sorry Corona haha lustig Wandsprünge wahrscheinlich oder? ja NEIN bleib hier man komm geh hoch nein geh hoch der möchte nicht du sollst hoch gehen Niko du sollst hoch du hältst mich fest überhaupt ich halte dich überhaupt nicht fest was war denn gerade dein Problem jetzt hallo ich werde immer zu dir gehen ich halte dich aber nicht fest ach so du musst runter gehen musst runter gehen und dich dann da festhalten dann kann ich nämlich hier nach oben jetzt oh oh wow alter das hat cool aus komm jetzt ok checkpoint aber die aber aber hier machen sie voll viele checkpoints im ersten teil gab es nur nach drei minuten erst wieder ein checkpoint oder so ja was jetzt war nicht lange schon wieder diese kinder ja ihr seid irgendwo ausgebrochen nee das sind die haupt also wie mein vermutung wie sind diese kinder ja und die sehen von denen und jetzt können die kinder doch weil da was machen die denn hier für feine das oh oh äh lauf fragezeichen ja lauf verdammt lauf ich bin vor dir also was äh ich bin vor dir also was äh ich bin ja ah warte er später komm hoch komm hoch komm hoch nee du aber ich sehe jetzt nie ne eine muss das machen was mach's machen das äh da äh bewegen ja genau aber das funktioniert nicht wirklich ah jetzt nein wo du kannst da hochklettern ach so ah leck mich am arsch was was ich mach's ich hab's festgehalten ich mach's geh einfach runter ah jetzt hast du's doch ah jetzt komm alter das macht doch jetzt geh doch einfach runter jetzt jetzt geh doch runter nee du jetzt nein du jetzt jetzt geh doch einfach runter wann was juckt es denn warum schwingst du jetzt ich ich mach gar nichts du haltest mich fest ja egal dann bleib du halt da oben mein gottes mir doch jetzt scheißegal jetzt geh doch da hoch geht ja nicht doch geht's jetzt geh da hoch nein hier hin und halt dann fest weil ich bin nämlich ganz sicher nicht auf dem boden hals fest ich halte es ich halte es ich halte es ich halte es was machst du da schwingen ich kann da sonst nicht hin ich komme da sonst nicht hin ich komme da sonst nicht hoch jetzt machst du den wandsprung ich halte es ich halte es du siehst du siehst du das ich dachte das wäre so ich dachte zwar irgendwie so ein komisches ding da gewesen heißt also mal ja genau ja hätte ich auch gedacht egal kommen auch ich glaube ich werde es ist ja da war eins vor dir okay komm komm ja da muss man schneller laufen wir haben da nicht genug zeit dafür nico nein wir haben da nicht genug zeit macht also das war schon macht mich am arsch oder weg mich am arsch die scheiße passt auch mein gott der wald dame wald hat hier gesagt oh mein gott leck mich am arsch oder verpiss dich feuer ach so oh gott was ich denn da tun sollen wir hier rein sollen ja wie denn es geht ja nicht ja das geht doch nicht versuchst du halt mal gehen wir gehen nicht rein nein machst du das muss man erstmal wegziehen ist ja easy und jetzt macht es noch und ich mache mir wenn man knut machen könnte das sind aber das mit dem knoten mal gar nicht mal so eine schlechte vermutung ich versuche es mal jetzt auch gut hat geklappt hauptsache wissen durch jetzt so jetzt vor denen ich nenne die höhle rein trampolin ist ein echt lang aber zum glück sind die lang ja das ist ja kurzes spiel hallo macht das jetzt weg ich hatte schon befestigt warum hast du es jetzt weg gemacht was du musst du trampolin machen ich soll trampolin ist da wenn wir machen dann halt nicht warum kann ich nicht hoch als ich versuchst fakt ist doch da oben du scheiß jarni alter scheiß jahren arsch als ob du da jetzt direkt hoch ist du kannst dich ja hoch klettert von mir aber warte warte bleibt da oben ja ich hab ich habe schon gefragt was das war ja gern geschehen bitte was ein asozialer arsch ich weiß aber ja bin ich von bin ich von dir gewohnt oh mein gott alles du seid sein kamer dafür dass du dich nicht bedankt hast instant kill von so einem komischen ding hallo ich mache ich bin der rote jetzt will ich vergessen ich bin der rote stimmt lauf bisschen die feuertruppe also ich bin die asche ja deswegen asche zu asche dass das level heißt asche zu hast du bist einfach die asche und ich bin das feuer mein gott du bist auch so ein asozial aber wir müssen so ok gut das wusste ich jetzt nicht hier hoch das wussten wir beide nicht ja oh mein gott leck mich am arsch ihr scheiß schwarzen dinger ja ich weiß ich konnte mich nicht bewegen also ich konnte mich schon bewegen aber ich muss hier hoch nico oder mario display so ja guck mein gott heilig nein nico aber ich habe auch noch erwischt ich habe auch noch am ende erwischt die dich hoch die hoch die hoch ja ok ich bin mich war aber auch gestorben man muss ja wirklich schnell sein aber leck mich ok wir können es eigentlich schon ich habe ich habe schon verkackt ja oder wollen wir dann lieber funktionieren oder ich hab's doch ich hab's neuer ok gut jetzt haben wir verkackt gehen nicht rein ganz rausgehen was machst du ja da kommt man da kommt man dran ich dachte es muss man irgendwie rausziehen oder so kann ich habe einfach nur mit dass man schneller wird ach so sehr gut okay ich schon mal geschafft wieder einfach ins nach hinter gelaufen ist du wusstest genau was man tun muss ich kenne ich das vielleicht können ich bin es dann kennst du nicht sonst hätten wir jetzt schon längst abgeschlossen alle fragt man weil ich ja fusion 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 lauf lauf egal egal das bleibt so das bleibt jetzt so und die fusion das kann nicht sein das kann nicht sein so möglich warum hey warum bist du einfach stehen geblieben hat schon mal kein bock mehr auf live weißt du was ich mache das jetzt leck mich am arsch du kannst auch bei der way an diesen jahren an wenn du da hoch wenn du wenn du hochklettert kannst du übrigens auch springen guck so leck mich am arsch so muss ich mich oh mein gott nein wir sind wieder beim feuer feuerwehrmanns feuer ist ganze zeit da gewesen alarm es kommt ein notruf an feuerwehrmanns das kenne ich doch das kenne ich doch meine kleine cousine weil die das immer anguckt leck mich am arsch alter tschüss ach so man kann drauflaufen ja aber nicht vor lange zeit man muss die ganze zeit springen guckt deswegen man muss springen man muss springen ich habe gesprungen ich habe gesprungen aber du musst abgeschlossen werden du hast auch gestorben ja du kannst immer nur dreimal springen deswegen muss man hier richtig weit springen gut das war jetzt scheiße das war jetzt scheiße ich gebe zu ich bin nicht abgesprungen man kann es glauben wir zwei springen schaffen ich finde es so scheiße hey gerade eben habe ich doch auch geschafft man muss sich nicht beeilen ok dann mache ich hier an die spitze zu gehen ok ok ja genau du kannst dir das schwingt sehr gut das zeigt das zeigt dir immer die schwur dann an wie du springen kannst zum glück gibt es diesen kreis da ja ah ich bin gerade ins teuer reingesprungen nein in das obere guck da bin ich gerade reingesprungen ich bin das untere man hat sich gerade nicht festgehalten meine eier tun weh was ist jetzt gerade passiert ach komm wir werden so oder so gestorben weil ich gestorben wäre komm wir nicht rein bruder ich versuch's mal wenn nicht dann probier's jo ok first try ja also fusion ja ach so da war weil es sah so dunkel aus deswegen das sah mal geil aus aber ansprunge boah lecker war ok wie diese pommes typ an welche pommes du weißt ich meine ja einer von uns muss oben wir müssen uns umbringen einer von uns muss oben und einer von uns muss unten sein wer geht oben und wer geht unten ich bin unten danke wieso weil ich nämlich nicht oben sein wollte ok war dort funktioniert ja wir haben aber das erste direkt kaputt gemacht weil wir nämlich nicht wussten also ich wusste was abgeht wegen dem trader ich wusste was da abgegeben trainer aber halt als ob da da war war ja genau ja genau genau ja genau sicher natürlich bin ich hier unten da gibt es aber auch noch Lava auf einzeln ja hab ich gesehen von mich einfach direkt da ganz da unten oh gott pass auf da kommt die Lava scheiße ach so ich mach der wäre es schon zu ende nein wir waren wir waren aber grad fast am ende gewesen ich hab grad kurz geblinzelt ja ok 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 dann war es das man hat mich auch an der Bewege ist das schon gesehen also das hat mich ja gar nicht mehr bewegt einfach weil es jetzt springen sollen oder schwingen oder wie das heißt nein da habe ich nichts gesehen aber kann schon sein vielleicht man von eine kleine berührung mit dem scheiß das ist halt anscheinend man magma aber ich bin da unten ja war vorher auch für Spaß ich habe ich hätte überlegt ja du bist aber gerade in die magma reingesprungen hat du bist auch gestorben ja wir sind beide gerade gestorben aber du bist in die magma gesprungen ich war am Anfang auch da unten weil ich nämlich nicht gecheckt hat dass man das bewegen kann ich habe mich einfach nur übersehen weil sie glauben ja ja das ist voll das ist voll jetzt der Nachteil ja und ich bin halt rot ey ja guck das bewegt sich ja nicht mal mehr ne weil wir einer ja so ja genau es bewegt sich doch gar nicht mehr man ist auch so ein beschiss betrug ich bin noch tendo betrug warte kurz okay zeitlupe merke ich zeitlupe finde ich zeit über finde ich super zeitlupe weil ich sollte gleich sollte nur einer drauf sein war wirklich der fusion machen dann lieber ja aber wirklich jetzt die scheiß felsen ja er drüber nein 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 oh mein gott leck mich doch am arsch fusion ja du in mich und ich die in dich du in mich das ist halt so unfair ja zu zweit ist es schwer weil wenn nämlich einer nur in diese lava rein fällt eigentlich gerade die stelle hä ob einem funktioniert ja nein es ist viel einfacher egal jetzt haben wir es wenigstens ja aber ich denke nicht das ist schon wahr ich weiß warum weil wir nämlich zwei auf einer seite waren deswegen ist es wieder zurückgegangen aber ich bin hier entgegangen oder halt auf dich und sollte es trotzdem zu sein nö ach du scheiße boah rein ich meine man sollte hier wandsprung machen ach sooo okay habe ich auch gerade die mess gecheckt okay ich bleib schon mal hier ich bleib mich am arsch okay okay kletter hoch kletter hoch als das war kein markt oh gott das ist magma doch nicht dann stimmt er doch nicht direkt also dieser arme wald man hätte sie nicht geschafft ja aber der wald tut mir schon leid ja da haben wir der ganze weich da haben wir und die kinder ja das waren die kinder das waren nicht mehr das waren die kinder das waren die dummen kinder sprung was passiert ach so ja egal er wird doch die checkpoint nur einer also ich ich habe es doch geschafft wo du landen musst ja ich weiß was eigentlich scheiße genau ich bin halt geschwungen aber juckt halt das spiel auch überhaupt nicht also der ist jetzt also der ist gesprungen an er hat der ist noch niemals geschwungen aus labern ja okay gut ja wir müssen weiter das ist brennt okay schnell ins wasser alter was auch schnell das schützt gleich 1 1 äh warte ach so da ist unten ah das hätte ich fast erwischt ja das ist doch wohl ich bin der soll ich mir kurz ab oder ne hole ich mir doch nicht am scheiß drauf also hier muss man irgendwas machen ah Trampolin oder ich bin nicht sicher geht nicht wir müssen ja irgendwie nach da oben oh warte mal das kann man schieben ok warte ja ich glaube schon Trampolin oder halt generell jetzt ja natürlich warte ich mach das danke bitte dann kann ich da hoch warte und das hä genau weißt du was wir hier jetzt machen müssen zack wir müssen dagegen springen warte mal geh hoch geh hoch ich weiß wie du es meinst oder what the fuck du sollst da einfach hoch gehen ach egal alter jetzt geht einfach ja jetzt ist es nicht mehr so weit oben guck guck ok da mach ich Knoten dran jetzt zieh es runter wieso 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 ja warum ist jetzt mit dir verbunden anstatt mit mir wenn ich halt weiß was ich mach guck mal weißt du was ich hier mach geh aufs andere drauf oh scheiße warte ja ich muss dir da hoch ja warte ich weiß na hallo geh hoch ganz scharfe nicht so ja ja ich weiß ne kann man nicht ne der macht keinen wall jump der ist zu dumm dafür ja ganz ehrlich komm runter achso ich ja der andere spieler warte er schafft es fast das habe ich auch fast geschafft ne ja der ist amaranth ja vorhin hat es doch funktioniert ja warte schiebs hä ah das hat auch geklappt ok gut geh weg ich hab nix gemacht ja du sollst mit dem Ding weg gehen mach ich ja der geht nach oben ganze Zeit auf das Teil nein ich versteh nicht was du machst so alter war das knapp Junge gehst du zu schwingen? ich weiß find ich fair das Spiel sie sind nicht verbunden mit dem Teil da hab ich doch eigentlich grad verbunden aber wie gesagt es juckt halt alles das Spiel halten überhaupt nicht genau genau ja sicher ich kann mich nicht bewegen leck mich doch spiel leck mich doch so am Arsch alter wir machen wir jetzt da rechts im Handsprung vielleicht klappt der ja nö ich komm naja nicht mehr weiter spiel fuck guck mal weißt was jetzt der geilste beschiss ist jetzt mach ich das hier weg jetzt mach ich das hier weg ganz ich muss kreis drücken ich muss kreis drücken im macht sinn wenn ich das hier wieder weg was nicht doch so weit ich kreis gedrückt habe es ist es ist aber schon ein bisschen nervig mit dem kreis muss ich ehrlich sagen ich schwörste alter ja ich wünsche ich hätte eine blüschflüge ich würde dich so an den schütte ich so boxen nein eigentlich nicht boxen die sei wirklich cool da gibt es nämlich damals gab es nämlich damals die collector edition für das spiel und halt man einfach wirklich eins aus richtiger wolle bekommen das ist eigentlich richtig cool aber gibt es halt jetzt nicht mehr jetzt guck mal jetzt jetzt komme ich da hoch und jetzt kann ich doch rüber das hat schon im ersten teil keinen sinn gemacht dieses gesicht hat mich gerade übelst verstört der hat gerade so geguckt warte ja macht es los ich zieh mich hoch ich bin schon mal weg tschüss gerust hat ach so was da war noch ein zweites da oben ach so nun ich glaube ich verstehe das ich nicht ich schaffe nicht mal jetzt habe ich zum ersten mal geschafft bringt so eigentlich gar nicht ja das ist eigentlich ja genau okay hier ist ein checkpoint alter du musst dich da festhalten dann wieso kommst du da weiter runter als ich wieso kommst du da weiter runter als ich warte lass mal kurz funktionieren ich habe eine muss oben bleiben oder man muss es darin verfestigen das ist man muss es befestigen ja l2 das so das hat doch eigentlich nö guck es geht ja nicht weiter l2 bei mir ja aber ich weiß warum geh nochmal hoch man ich mach kurz kreis jetzt drückt da jetzt drückt da vier drückt da doch vier ich habe jetzt bist du schon da gesprungen jetzt bist du schon da runter gesprungen geh du einfach aus ich mach das dann weg du befestigst und dann kann dann kannst du auch weiter runter jetzt geht's ich habe sich ja knoten gemacht jetzt oh mein gott nein geht warum bist du da waren wir so weit nach oben gegangen ich habe das gemacht aber der hat sich entscheidet man nicht so rum du schreitest selber rum ne überhaupt nicht ne gar nicht alter ruhig alter junge du du das war grad perfekt du hättest einfach nur rüber schwingen müssen auf einmal gehst du wieder weiter nach oben machen wir Knoten los hab ich hier geh doch einfach wieder nach oben dann lass dich halt einfach fallen und drückt dann l2 funktioniert ich muss nämlich rein sofort wieso bist du jetzt rausgegangen das dreieck gedrückt jetzt geht das drei rein du bist nicht komplett drauf jetzt gedrückt halten ach komm ich halte es hier gedrückt ja ich geh wieder zu mir hoch ach komm Alter ich mach es einfach alleine ja jetzt geht's guck jetzt geht doch einfach rüber ist doch jetzt scheißegal ach so muss kippen oder dann halt nicht halt mich mal fest wie halt ach so glaub mir du wüsstest du musst das jetzt schon längst wissen lass mich los ach so jetzt mal keine ahnung ich hinterfrag das spiel einfach nicht ich hab ich hab das seit ich hab das seit dem seit den letzten drei level habe ich das spiel nicht mehr hinterfragt das war mein handy hält er sich fest okay anfällig muss an der band dann sitzt da machen nö das ist doch einfach mal los ach so ach so komm ich jetzt ach so es wird dann gekippt ja so kommst du rüber jetzt sind wir gerade ein bisschen schlecht komm rüber ja sonst kommt sonst steht der checkpoint auch dort fusion oder ach so dazu ziehe ich dich hoch du musst dich darüber schwingen ja hab ich gemerkt egal ich will ich will mich ich will mich du hast mich nicht festgehalten ich hab festgehalten aber der ist einfach runter gegangen passiert ja weil das jetzt runtergegangen passiert manchmal ich bin natürlich auch ihre hat natürlich auch seine fehler es sagt man sich loslassen soll dann bin ich weit rüber da drüben bin ja jetzt wäre ich gerade perfekt gewesen ok warte noch einmal wenn ich mich reinkomme war er ist auch endlich du drückst dir das so ja sonst gehe ich runter da nee ich halt deshalb musste nicht gedrückt halten ja aber sonst bin ich ja gerade runter gefallen hast du fragt sehen nee den knochen bin ich gedrückt halten ja mache ich jetzt auch nicht oh mein gott so ich kletter rüber ich halte dich fest nein du sollst hier hoch oder spring nicht rüber ja der Checkpoint hat gezählt ich bin nicht rüber also ja ich muss loslassen stimmt oh Alter mein Herz ist gerade steht was auch das zerbricht ja was ist ja ich oder du mir ist es egal ich halte dich fest macht er sich fest ich habe doch zumindest zum nächsten ione hatte ich fest ich hab dich du musst ja rüber schwingen ja da hat er auch hat ja auch gebrannt okay ich glaube jetzt muss da waren wir jetzt aber gerade richtig gut jetzt sind wir glaubt zu ende das ist ja das ist voll asozial von uns eigentlich nichts mehr können nichts machen da ist jemand drin da ist jemand drin und den wollen sie gerade befreien irgendwelche tier oder oder mensch keine ahnung ich habe aber eher ein tier könnten könnten Pferdestall sein oder so durch die weiter weiter um ein gott nie halt ich fest okay also ich hab mich gerade erschrocken bockte okay okay es brennt hier weiter sehr gut ist wie dieses das eine das eine dorf am ende von lässt du warst paar zwei das auch abgefackelt da scheiß drauf man okay ach so da ist ja ich sehe ich gerade auch nach oben müssen wir müssen es darüber schwingen fick dich ja nie ich wäre auch runtergefallen ja der bastard der schwingt einfach nicht guck dir das an der schwingt so ja man alle ich schaffe es scheiße ich bin tot am besten hier noch nicht direkt los springen weil der ist nämlich immer ganz weit oben der spaß jetzt kann ich rüber okay okay fuck nein die sterbe nein weil die so komisch gelaufen sind ich war gerade auch verwirrt meine stimme hat sich gerade voll kindlich angehört meine auch ach da kann man wortschamps machen sagt das doch scheiße mein auflauf heute wir einfach mal als gleichzeitig kapieren ja manchmal schon ne ja ich sehe es da runterziehen runterziehen ach so warte warte ich musste es ja klar runterziehen wir müssen erstmal das hier runterziehen ne jetzt musst du das da das guck da ist schon nein mein gott alter ich habe es doch jetzt kapiert ne da oben ja was oben ne oben rechts beim antwort ach so da ist ja noch eins ach so das habe ich nicht gesehen warte jetzt muss ich das machen geh schon weiter nach rechts ach so das habe ich gar nicht gecheckt okay geil ja nicht schlimm gut dass man das nun durch eine kleine berührung dadurch stirbt ich hatte keine erfahrung damit gemacht ist zu berühren ich will sie noch mal berühren und die fähre jacob wusste ich doch dass ein pferdestall ist ob hier ist im wasser weg ich will hier raus müssen das wasser hier an machen ja also nein das bringt gerade nichts weil das macht nur das aus zusammen fährt man wir müssen uns beeilen wie können wir das machen wasser hier hoch hast du da oben warte ich mache die kacke an wo der macht halt nicht doch kurz noch mehr jetzt ja toll die nusslosen scheiß kinder die die leben doch noch ihr seid doch nicht nutzlos die sind den mussten ja auf die rückseite gehen immerhin die pferde leben noch hier wo das sind die kinder wir uns verstecken wir haben es gleich geschafft ja 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 das war das ende das macht ja dann die ganzen gemälde dann da die bilder ja und schaltet unser und schaltet unser nächstes level dann frei schwer aber aber dann kommt ja weil ich meine die ersten waren total einfach und dann kommt auf einmal so ein level zerfallen ja leider das ist traurig wenn du kommst natürlich auch noch und da oben wahrscheinlich die leiter dann hoch oder wo ist da oder art ist öffnet uns jetzt nur den weg ja ok da oben ist dann hätte es ganz oben es könnte das letzte level sein ich glaube schon wenn es ganz oben ist weil ich meine wir gehen ja immer weiter nach oben 6 11 auch nicht schon wieder aber wir sehen uns im nächsten part von an wer will